Ja, ja, also... Alles! Danke! Und natürlich mit dem Ehren... Danke! Yes, die Foto! Boah, schmeckt lieber! Wie bitte? Das schmeckt mir einfach nicht. Mon Dieu, er schmeckt ihm nicht. Er schmeckt scheußlich? Wer sagt, mein Essen schmeckt nach Scheiße? Einmal Tisch bitte für... Das Essen ist überseucht? Oh, unerhört, ey. Das möchte ich so nicht erleben hier, ja? Ich werde draußen. Oh mein Gott! Wir essen hier Menschenfleisch! Dafür sein es. Das tut sieh. Das tut sieh. Das macht Sinn. Das tut sieh. Ah, na du, du bist ja ganz stark hier, ne? Seife. Experten nehmen sich einig, das Essen wurde mit Plutonium verseucht. Schmeckt eigentlich ganz gut. Voll versalzen. Ist das euer Ernst? Wie kommt ihr auf solche Ideen? Ja, also, das ist einfach aus dem Alltag gegriffen. Na, im Essen dachten wir halt, das ist auch lecker. Das ist mir egal. Zwei Bekloppte, die sich um Essen prübeln. So ein Scheiß kommt keiner. 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 Untertitelung des ZDF, 2020